So, da bin ich mal wieder zurück. Ihr seht schon, ich hab die liebe Kiara im Chaos, ne, in der Farbe rebellisch bekommen. Dann natürlich noch alles andere ändert sich auch noch in der Farbe. Ist alles eigentlich schlecht, nice, die Pekka ist jetzt auch nicht schlecht. Der Kleider, ihr wisst ja, OG-Kleider mag ich ja sowieso. Mal grad gucken, wie das Ganze so aussieht. Wie gesagt, ist halt die Bonusbelohnung. Ich hatte grad die 25 Sterne nämlich endlich mal zusammen. Bin jetzt Level 105, ja, sieht okay aus. Mal gucken, wie es mit dem Emote aussieht. Mal gucken, ob wir hier noch so rumfliegen haben. Und, ah, ist okay. Ich sag mal, für Level 105 kann man das Ganze mal machen. Ich wollte uns einfach mal zeigen, wie das Ganze dann halt so in der Lobby aussieht. Weil, wenn man sich das natürlich in der Belohnung anguckt, ist es natürlich immer noch eine ganz andere Geschichte. Ich werde mich natürlich jetzt dran setzen, für euch die weiteren Aufgaben machen. Mal gucken, ich schlospiere mit ihr mal eine Runde. Und in dem Sinne, euch auf jeden Fall viel Spaß noch beim Leveln. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Und in dem Sinne, haut rein!